herzlich willkommen zu einem weiteren video clip mein name ist karin und auf meinem kanal geht es um heilsames malen für mehr leichtigkeit in deinem leben du befindest dich im zweiten teil des kurses heilsames malen für zu hause und in diesem video zeige ich dir wie du mit acrylfarben ganz tolle sachen machen kannst heilsames malen für zu hause anwenden kannst experimentieren ja und ich habe da was einfach mal ja bevor wir loslegen möchte ich bisschen was über das material erzählen grundausstattung für heilsames malen mit acryl und du siehst jetzt hier ich habe paar farben schon vorbereitet es gibt natürlich eine menge auswahl oder an auswahl für acryl malerei acrylfarben da würde ich dir so das mittlere preissegment empfehlen ja also ich komme damit eigentlich sehr gut klar es müssen jetzt nicht die teuersten acrylfarben sein aber es muss jetzt auch nicht eine ganz günstige farbauswahl sein vom 1 euro laden also das würde ich jetzt nicht empfehlen und du benötigst eben papier auch hier wieder ist es ein bisschen dickeres papier 300 gramm pinsel stärken verschiedene oder in verschiedene formen auch von pinsel das ist jetzt ein synthetik pinsel ich arbeite aber auch mit klassischen borsten pinsel wasser und naja so ich benutze meistens plastik geschirrs statt die klassische palette und du siehst jetzt hier auch das wollte ich dir auch noch schnell zeigen du kannst wenn jetzt ein keilrahmen 20x20 wenn dir das bild nicht mehr gefällt du kannst das ist das schöne an acryl was bei aquarell jetzt so gesehen nicht möglich ist du kannst jederzeit die den den keilrahmen überpinseln und ich wollte dir jetzt mal zeigen wie schnell oder innerhalb von ein zwei minuten wie man dann mit mit bisschen spachtel und farbe bisschen struktur bis wie man da eigentlich ein bild wie das schnell ein bild entsteht es sind ja auch nur zwei farben und es gibt noch ein vorteil du kannst acryl jederzeit mit aquarell mischen ach ja und hier zeige ich dir das ist eine seife pinsel oder pinselreiniger das ist eine seife sehr zu empfehlen ja und hier bin ich jetzt dabei eine leinwand an der wand weiß zu überpinseln und es geht schon los hier ich muss ich bin fast so langsam vom schwätzen her vom reden also vor bevor du los legst mach dich locker tanz leg deine lieblingsmusik auf tanz vor der leinwand das muss jetzt keine leinwand sein das kann auch du kannst auch dickes fotopapier benutzen einfach mit mit paar reißzwecken an die wand und los geht's unten ist natürlich alles schön abgesichert mit mit plastikplane und oder zeitung und ich kann natürlich meine lieblingsmusik ja nicht abspielen lassen weil dann würde mich youtube oder würde ich das video oder würde mich youtube sperren darf man ja nicht oder geht nicht aber leg deine musik auf deine lieblingsmusik und mal mal zur musik und guck mal wir sind jetzt schon mitten im prozess im heilsam malen mit acrylfarben mitten drin sind wir ja jetzt hier schon ne und über lass es fließen nimm deine formen deine linien ist es eine runde form ist es eckig du wirst jetzt im anschluss oder im späteren teil des videos erkennen ich bin dann in eine gänzlichst andere richtung gegangen also das war am abend und ich habe es wirklich fließen lassen ich habe mir gedacht jetzt mach einfach mal und musste dann aber auch feststellen mensch das ist mir viel zu rund und ist nicht so meins ja also du hast im heilsamen malen geht es ja darum wir sind jetzt hier im intuitiven malen spontan malen du kannst auch wenn du magst die finger benutzen die füße benutzen alles du kannst ja du es ist dein raum dein freier dein freiraum ja kämpfe darum gib keinen millimeter davon her und wenn es nur eine halbe stunde ist am tag ja mir bleibt ja manchmal auch oft nur eine halbe stunde dreiviert stunde ja aber das ist eine wichtig ein wichtiger zeitpunkt wichtige zeit mit mir ein date mit mir ein ein date mit meinem höheren selbst und dein höheres selbst wird dir danken ja wenn du dann im alltag ja im stress oder du hast fragen du weißt nicht weiter es ist schwierig ich meine das leben ist selten immer nur fluffig und leichter schwierigkeiten gehören mit dazu wie die buddhisten sagen aber dann hast du immer die möglichkeit dein höheres selbst zu fragen wenn du täglich diesen kontakt mit dir pflegst gebe ich dir brief und siegel dein höheres selbst wird antworten du wirst dann die richtigen menschen treffen die richtigen bücher kommen zum richtigen zeitpunkt du bekommst ideen während du wanderst eine freundin lädt dich zu irgendwas ein was ganz tolles was neues also dein höheres selbst wenn dir das video bis jetzt gefallen hat freue ich mich natürlich über ein daumen hoch wenn du keine weiteren videos von mir verpassen möchtest dann abonniere gerne meinen kanal ja jetzt hat gerade habe ich mich gerade selber unterbrochen ich war gerade so im redefluss aber jetzt hier zum beispiel siehst du also wir sind immer noch im kontakt mit uns selbst intuitiv spontan und hier ist jetzt eine spachtel mit dabei ist auch spachtel acryl passt wie die faust aufs auge und hier siehst du ich habe dafür mit wasser rum gepanscht kann ich dir jederzeit empfehlen ist eine tolle sache aber unten unbedingt eine plane legen die wände schützen ich habe ich arbeite oft sehr sehr wild das ist eigentlich noch sehr gediegen was du hier siehst bis dato man ja schon einige ateliers die ich wo ich gemalt habe also acrylfarben sind eigentlich überall weggegangen also da hatte ich jetzt eigentlich noch nie probleme sogar ölfarben dann ja jetzt hier sieht man es mal das ist dann so der abschluss von diesem teil jetzt kommt so der der bereich oder der abschnitt wo man sich mal zeit lassen kann wo man ja so die seele baumelt also so ein wand bild ist ja nie mit einem rutsch fertig sondern so ein wand bild ja hängt oft bei mir wochen lang und dann sehe ich wieder was dann kommt da was hin dann wird es wieder überpinselt dann fällt mir dieses ein manchmal ah ja es ist tatsächlich das gleiche bild was du hier siehst am nächsten morgen jetzt immer auch im prozess vom heilsamen malen am nächsten morgen musste ich feststellen mir war es zu unruhig ja mich hat es nervös gemacht mir war es zu unruhig und das ist eine wundervolle technik um bilder bisschen zu beruhigen ja um bilder ein stück weit ja zu entspannen zu entschleunigen als ich liebe diese technik einfach simpel diesen diesen roller in farbe tauchen ich habe begonnen mit fassadenweiß und jetzt ist es ganz normale acrylfarbe im blau weiß gemischt und das ganze bild wird entschleunigt und so kann ich damit leben also so kann es auch eine zeit lang bei mir hängen das ist rund da kann ich sagen okay passt und du kannst ja hier in diesem jeden in jedem quadrat kann man ja jetzt rumspielen ja das dazu sind wir jetzt noch gar nicht gekommen das ist dann so die aufgabe oder die für die nächsten wochen dass ich mir in jedem quadrat überlege ich mir mal ja was was ist da jetzt gerade was gehört rein welche formen sprechen mich an und fühl mal rein ob die formen ob es morgens und abends gleich ist bei mir und bei vielen meiner mandantinnen ist es nicht identisch das heißt manchmal an einigen tagen ist es morgens wenn ich zeichne sind es runde form und abends wiederum rechteckig oder im quadrat papiergröße das gleiche füll rein welche welche größe benötigst du ja es ist dein dein raum dein papier und wenn es nur eine serviette ist geht auch so ich wollte dir das nicht vorenthalten wir sind ja heilsames malen mit acryl und ein weiterer vorteil von acryl ist natürlich du kannst sand mit reinmischen das ist jetzt eine leinwand die auch etliche male überpinselt worden ist also meistens sind meine acryl abstrakten arbeiten etliche male werden die über ja übermalt und auch hier sieht man es waren wieder rechtecke und quadrate die mich angesprochen haben das war vorher auch sehr rund bunt zu grell viel runde formen und ich habe mich dann aber dazu entschlossen nein ich möchte wieder bisschen ordnung schaffen ich brauche wenn du mehr über mich und meine arbeit erfahren möchtest dann besuch mich gerne auf meiner website der link ist unten in der beschreibung und informiert dich über eine mögliche zusammenarbeit über seminare und workshops alle meine angebote sind mittlerweile online buchbar ja aber jetzt hier nochmal zur struktur viele von euch wissen ja dass ich eine genesene süchtige bin das heißt nur weil ich jetzt viele viele jahre kein alkohol mehr trinke keine drogen mehr konsumieren auch keine medikamente mehr nehme heißt es ja nicht dass jetzt die sucht gänzlichst von mir genommen worden ist nein das ist sie nicht und als genesene süchtige eben benötige ich so meine struktur und das erkenne ich jetzt als 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 therapeutin als maltherapeutin erkenne ich das natürlich bei meinen eigenen bildern dass da schon der wunsch nach struktur nach halt ist und da mir ja das äußere oder das leben oder sagen wir es mal menschen im äußeren keine struktur geben können sondern das kann ja nur ich selbst gebe ich mir in form von malerei von formen gebe ich mir selber meine struktur vor und das kann sich jederzeit natürlich auch wieder ändern manchmal sind die strukturen eher offener manchmal muss es intensiver sein so wie das leben eben ist das leben ist ist nicht immer gleich es gibt höhen tiefen ja so ist es und wenn du da einfach mal mehr erfahren möchtest dann scheu dich nicht und kontaktiere mich über e mail oder über telefon ja und auch dieses bild ist eben ist ja komplett in acryl hier nehme ich noch ein bisschen gold mit rein ich mag die farbe ist angenehm peppt so gesehen die bilder bisschen auf und das bild ist auch so geblieben also das hat sich niemals groß verändert mir gefällt das blau beruhigt mich also mich persönlich hat diese diese blaue farbe ungemein angesprochen ich wünsche dir jetzt wirklich viel viel spaß bei der umsetzung wenn du magst kannst du mir gerne einen kommentar hinterlassen du kannst auch gerne eine frage reinschreiben die ich dann natürlich sofort oder schnellstens beantworten werde also viel spaß und bis bald tschüss